Also wenn man hier eine Außenministerin hat, die überall in alle möglichen Länder rumrennt und keinen Satz gerade aus Graus sprechen kann, die Kobold mit was weiß ich noch allem verwechselt und Hunderttausende von Kilometern weit weg andere, also verstehst du was ich meine, das ist ja fatal. Das ist ja offensichtlich, dass da jeder andere Präsident oder jedes andere Land nur noch lacht über dieses Land hier. Das ist meine Meinung und Feierabend und die wird sich ja wieder ändern. Was, deswegen, gerade zum Thema Veränderung, was würdest du jetzt gerade ändern wollen? Würdest du die komplette Regierung austauschen oder was wäre dann vorgehen? Ich würde auf jeden Fall den Bundeskanzler austauschen, die Außenministerin, den Wirtschaftsminister austauschen, den Finanzminister austauschen, den Gesundheitsminister sowieso. Ich glaube, der ist medikamentös komplett falsch reingestellt. Der Mann hat recht.